Seit Wochen führt er die Charts in der Schweiz, Deutschland und Österreich an. Wir haben Rug & Bone Man schon im Sommer am Montre Jazz Festival Backstage begleitet. Ich liebe es. Es ist mein Favourite, alles andere Sachen, die ich mache, ich mache, ich schreibe und schreibe, es ist alles für das eine Sache, das zu sein. Das ist mein Favorit. Ich liebe es. Es ist großartig. Ich erinnere mich an die BAD-Ones. Ich erinnere mich an eine kleine Musik in Brighton called The Hope. Es gab mehr Leute an der Pub arbeiten, als ich zu sehen war. Es gab etwa fünf Leute. Alle sind noch wirklich hyped nach dem Show. Wir werden vielleicht ein Drink danach. Und dann, hoffentlich, wir werden noch andere Leute sehen.